hallo und jetzt kommt zu einem gewinnspiel auf meinem kanal ich bin der broken 10 und wir sehen könnt nicht wie ihr sehen könnt im hintergrund seht ihr meine garage die habe ich jetzt so lasse ich auch so es geht hier um ein gewinnspiel ich habe es ja schon sehr sehr lange angekündigt ich weiß nicht schon seit winter glaube ich im titel wird auch stehen das gewinnspiel was braucht ihr um mitzumachen erstmal müsst ihr unbedingt ein abonnent von meinem kanal sein das ist ganz wichtig also einmal wenn ihr noch nicht abonnent zeit bitte einmal abonnieren klicken punkt 2 was muss man machen um zu gewinnen oder beziehungsweise erst mal was gibt es zu gewinnen es gibt einmal 2500 gold zu gewinnen und einmal 1500 gold also es gibt zwei gewinner zwei preisen einem einzigen match ihr hört schon match das bedeutet ihr müsst dafür was tun es geht darum nicht dass ihr einen kommentar schreibt oder sowas sondern es geht darum dass hier ein bisschen glück mitbringt und auch den richtigen panzer also ich werde in einem team gefecht ne quatsch teamübungs gefecht sondern wo man alles machen kann was man möchte werden wir verstecken spielen aber auf eine weise ich nehme irgendeinen panzer aus meiner garage ich weiß es jetzt noch nicht habe ich mir ausgesucht das mache ich aber noch aus dieser garage wähle eine map aus und auf der müssen sich die leute verstecken wer als die letzten beiden die gefunden werden kriegen die preise das bedeutet es wird sich nach einem match entscheiden in einer einzigen runde auf einer map und wer gefunden wird den werde ich abschießen bzw töten ganz wichtig maximale stufe was ihr nehmen könnt ist stufe 3 das bedeutet ihr dürft bis dahin also voraussetzung natürlich auch ihr solltet ein stufe 3 panzer besitzen kleine 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 tipp vielleicht nehmt möglichst kleine panzer ich gebe euch am anfang ich glaube zwei minuten oder eine minute zeit euch zu verstecken und danach muss jeder an seinem platz stehen bleiben das bedeutet wenn sich jemand bewegt darf er von den anderen abgeschossen werden dann ist er auch raus wenn er sich wenn sich einer bewegt aus einem keine ahnung was von grund wird er sofort raus genommen ja genauso ist auch schießen auf mich je nachdem was ich für ein panzer nehme wenn ich jetzt zum beispiel die grille nehme verboten nicht verboten aber wer mich killt der fliegt dann automatisch raus aus dem gewinnspiel ganz einfach genau aber ich werde wahrscheinlich die grille nehmen ich werde wahrscheinlich irgendwas schweres nehmen wo ihr mich auch nicht ärgern könnt auf stufe 3 panzer ganz wichtig ich suche eine map aus da versteckt ihr euch und dieses ganze wird am sekunde 27 5 2017 gegen abend ausgeführt das bedeutet dass es genau heute in zwei wochen genau heute in zwei wochen das ist der samstag ich werde da noch weiß ich vielleicht zwei drei tage vorher das uhrzeit sagen ihr könnt ja auch gerne kommentare schreiben welche uhrzeit ihr bevorzugt und noch ganz wichtig wenn ihr mitmachen wollt und das gilt für jeden jeder der das nicht macht der wird leider nicht angenommen schreibt in die kommentare euren ingame namen das gilt auch für alle die ich kenne also paul oder so das weiß ich zwar aber es ist besser für meine planung also jeder schreibt einmal wir in game heißt und dass das ja das reicht eigentlich schon oder bin dabei oder irgend sowas noch dahinter ist ja ist eigentlich wurscht aber schreibt am besten euren ingame namen hin das ist das sicherste weil sonst habe ich einfach kein überblick wer mitmacht und wenn ich deswegen also ihr könnt wirklich insgesamt sind das ja 3500 gold ne 1000 ne 4000 gold oder so ich weiß nicht ich muss mal nachgucken genau ach nee der 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 zweite platz bekommt 1200 gold so war das genau nicht 1500 sondern 1200 gold jetzt erst platzierte bekommt 2500 so ja ich gucke mal kurz habe ich irgendwas vergessen die map ja habe ich ja eine normale habe ich ja alles schon aus habe ich ja schon gesagt was ich dann wähle also wie gesagt ich gehe dann hier ein team übungs gefecht erstelle einen neuen raum lade alle ein die sich eingetragen haben und will dann irgendeine map auf aus und da müsst ihr euch dann alle verstecken genau also ich wiederhole einfach noch mal bitte kommentar in die also ein kommentar in die kommentare mit eurem spielernamen eventuell ein like wenn es euch gefällt oder falls falls ihr gut findet dass ich das gewinnspiel mache und ihr müsst natürlich abonnent sein das ist natürlich auch eine voraussetzung ist ja blöd wenn ich leute gold gebe die nicht meine abonnenten sind genau ist ja ein abonnenten special das ist ja eigentlich der sinn der sache es war ja ein 50 50 abonnenten special aber das ist schon lange her deswegen ist es ein ganz normales gewinnspiel genau ja ich hoffe ich habe alle infos genannt wenn nicht kommt in den nächsten tagen noch ein informationsvideo es kann ja sein dass ich was vergessen habe aber ich glaube ich sollte eigentlich alles erwähnt haben ja aber noch mal ich suche natürlich nicht jemand anders sondern ich suche und ihr müsst euch in irgendwelchen bischen verstecken ihr könnt schon mal ein bisschen üben indem ihr einfach auf teamübungen geht einen raum erstellt und mit euren leuten durch alle maps mal durch so durchfahrt ich werde nämlich die map nicht preisgeben bis zum letzten ich habe sie jetzt schon ausgewählt ich weiß jetzt schon welche map ich nehmen werde aber ich werde sie euch nicht sagen weil das ein unfairer vorteil wäre beziehungsweise nicht ein unfairer vorteil aber es wäre einfach da ist einfach die überraschung nicht da und genau ich werde dann glaube ich wie lange kann man einstellen ich gucke noch mal ganz kurz den raum erstellen wie lange wie viele minuten kann man einstellen ähm ja warte sekunde dauert das gefecht ach unendlich okay ähm ganz wichtig noch bevor das video jetzt endet es ist eine begrenzte spielerzahl das bedeutet maximal 29 spieler können bei diesem special mitmachen das bedeutet die leute die aktiv sind beziehungsweise die leute die das video schauen die sollten sich unten eintragen also bitte in die kommentare schreiben die ersten 29 können da mitmachen wenn es wirklich mehr als ähm wenn es mehr leute als 40 wird werde ich das dann so machen dass der erste im ersten gefecht äh die 2500 gold gefecht also werde ich das auf zwei gefechte sozusagen trennen das erste gefecht wird dann 2500 gold gewinnen und im zweiten gefecht wird dann die 1200 gewinnen also werde ich das aufteilen wenn es zu viele sind also die ersten 29 werden garantiert angenommen den rest muss ich gucken bis es 40 sind also bis es insgesamt 40 oder mehr sind ähm weil sonst lohnt sich das auch einfach nicht und äh der gewinner falls es zwei matches gibt kann bei dem anderen nicht mehr mitmachen weil es wäre ja unfair wenn er beides gewinnen würde genau dann äh würde ich euch sagen wünsche ich euch wirklich noch einen schönen tag ähm ja morgen kommt noch ein video und ja wenn ihr euch das video gefallen hat oder wenn ihr lust einfach dazu habt lasst doch gerne ein däumchen da wenn nicht dann nicht habt noch einen schönen tag und vergesst bitte nicht die sachen die ich im video gesagt habe und habt noch einen schönen tag und tschüss und dann geht's und dann geht's und dann geht's und dann geht's